Ja, ich stehe jetzt hier gerade in Leibheim und ich habe gerade Mittagspause. Hunger habe ich auch und da habe ich mir gedacht, ich probiere mal was Neues aus. Und zwar hat hier vor einiger Zeit ein Würstsalat Drive-In eröffnet. Und zwar der erste, den es auf diesem Planeten gibt. Und da ist auch schon das Schild Waldvogel Drive-In. Jeden Freitag von 11 bis 21 Uhr. Und da vorne ist auch schon die erste Station Drive-In. Da fahre ich einfach mal hin und versucht. Ich habe mich für den Sommerwurstsalat entschieden und dann bestelle ich mal. Drücken mich steht hier. Es tutet, ein gutes Zeichen. Das wäre der Waldsempferl, wenn irgendwas kommt. Ja hallo, ich hätte gerne einmal diesen Sommerwurstsalat. Das wäre alles, danke schön. Einfach vorfahren. Danke schön. Danke. Mein Essen kommt. Hallo, ist das mein Würstsalat? Das ist euer Würstsalat. Ja perfekt. Und der ist jetzt einfach. Da muss ich nicht mehr reingehen. Ist das immer so der Service? Nachdem bringen wir ihn in den Sorte. Ja das ist ja perfekt. Klasse, super. So wie es in 3.5 sein sollte. Ja perfekt. Super. Zahlt tue ich auch gleich hier, oder? Bezahlen können Sie auch hier, genau. Ja super, dann bezahle ich jetzt auch mal gleich. Wunderbar. Ein Gedicht, der Würstsalat ist nicht nur unglaublich einfach zu bekommen, sondern er schmeckt auch noch der Wahnsinn. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Guck. 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 Zuido. Guck.